ein lichtermeer seht ihr hier bei unserem heutigen türchen für alle lieben für alle unsere herzen dazu habe ich einen stock genommen und ihn mit einem band ausgestattet damit das überall hin hängen dazu eine lichterkette im diamanten schliff daran habe ich selbst genähte herzen gehängt in kariertem stoff mit aufgenähten knöpfchen und einer großen schneeflocke und dieses hängt das ganze jahr in meinem fenster mit den herzen und der lichterkette diamantform nur heute schneeflocke und das deko im fenster kommt dann weg und das sieht wunderschön aus wenn das abends dann leuchtet auch im frühjahr und sommer die welt ist wie ein garten sie braucht das jeden so gut wie das sehen so